Musik Erleben Sie Natur pur im Ferienpark Grimnitzsee, der in unmittelbarer Nähe des Biosphärenreservates Schorfheide-Kurin auf einem ca. 26.000 Quadratmeter großen Waldgrundstück liegt. Musik Die Ferienhausanlage, 65 km nordöstlich und gut erreichbar von Berlin, die sich in dem kleinen Ort Althüttendorf befindet, besteht aus 29 Bungalows mit dem dazugehörigen Haupthaus inklusive Gaststätte mit Mehrzweckräumen und Sanitäranlage. Die Ferienhäuschen wurden zum Teil schon saniert und renoviert. Musik Die Badestelle vom Grimnitzsee liegt direkt vor dem Feriendomizil. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 033 01 70 14 82 Musik Musik Die Badestelle vom Grimnitzsee liegt mit der Ferienhausanlage. Musik Bis zum nächsten Mal.